Du hast eine Erwerbsminderungsrente beantragt oder vielleicht musstest du sogar eine Erwerbsminderungsrente beantragen, weil die Krankenkasse dich dazu aufgefordert hat. Dann wirst du in nächster Zukunft ziemlich sicher zu einem persönlichen Termin bei einem Gutachter eingeladen. So eine persönliche Begutachtung ist bei der Erwerbsminderungsrente Standard. Da kommst du nicht drum herum. Aber bei der Wahl des Arztes, da kannst du ein Wörtchen mitreden. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Wer in Deutschland eine Erwerbsminderungsrente beantragt, der muss zum persönlichen Begutachtungstermin. Fast immer. Das ist ein bisschen anders, wenn du einen Schwerbehindertenausweis beantragt hast. Denn da wird so gut wie nie persönlich begutachtet. Hier läuft fast alles nach Aktenlage und deswegen kommt hier den Arztberichten immer so eine große Bedeutung zu. Bei der Erwerbsminderungsrente ist das anders. Da wirst du, wie gesagt, fast immer persönlich begutachtet. Manchmal noch bei einem waschechten Amtsarzt von der Deutschen Rentenversicherung. Häufiger sind das aber ganz normale Vertragsärzte. Also beispielsweise mit einer eigenen Praxis. Und die bekommen dann ein Honorar von der Rentenversicherung, wenn sie dich begutachten. Nun kann es ja vorkommen, dass du einen Brief von der Rentenversicherung bekommst, wo jetzt eben ein Termin bei einem Gutachter angeordnet wird. Und den kennst du vielleicht schon. Vielleicht warst du da schon mal und hast wirklich schlechte Erfahrungen gemacht mit der Behandlung oder Therapie, was auch immer. Ist es jetzt möglich, diesen Termin beim Gutachter loszuwerden? Das ist möglich. Wenn du einen guten Grund hast, warum du ausgerechnet zu diesem Gutachter nicht hin kannst oder nicht hin möchtest, dann kannst du das selbstverständlich der Deutschen Rentenversicherung mitteilen. Und wenn dieser Grund gut nachzuvollziehen ist, dann wird die Rentenversicherung auch versuchen, deinem Wunsch nachzukommen. Es geht sogar noch weiter. Du hast sogar die Möglichkeit, einen Wunschkandidaten als Gutachter zu benennen. Vielleicht warst du mal bei einem anderen Arzt oder hast von jemandem gehört, der bei deiner Erkrankung besonders passend wäre. Wenn das möglich ist, zeitlich zum Beispiel, auch dann kann die Rentenversicherung deinem Wunsch nachkommen. Das A und O bei dieser Sache ist, dass dein Wunsch nachzuvollziehen ist. Bei uns in der Sozialberatung beim SoVD hören wir auch immer wieder von Leuten, die zu so einem persönlichen Begutachtungstermin eingeladen werden und dann, wie wir das alle heutzutage machen, erstmal googeln. Was ist das denn für jemand? Hat der schon mal für andere Leute eine Erwerbsminderungsrente begutachtet? Und dann landet man häufig in bestimmten Foren, wo dann ja manchmal regelrechte Horrorberichte zu finden sind, wo dann steht, total parteiischer Gutachter und so weiter. Wenn du sowas tatsächlich als Beweggrund nennst, ist das schwierig, weil es ist kein wirklicher Grund, warum du zu diesem Gutachter nicht willst, weil niemand diese Berichte im Internet wirklich verifizieren kann. Häufig gehst du ja auch auf dem Weg zur Erwerbsminderungsrente erstmal in die Reha. Meistens drei Wochen. Dann wirst du dort untersucht und am Ende steht auch ein Entlassungsbericht, auch schon mit Hinweisen, ob eine Erwerbsminderungsrente in Frage kommt. Das ist auch wirklich wichtig auf dem Weg zur Erwerbsminderungsrente, diese Entlassungsberichte. Manchmal oder wirklich oft wird man aber trotzdem noch mal zu einem weiteren Begutachtungstermin eingeladen. Und selbst wenn das jetzt der Fall wäre und du gerade erst aus der Reha kommst, müsstest du trotzdem zur persönlichen Begutachtung gehen. Aber auch hier gilt, falls dieser Gutachter aus einem wirklich nachzuvollziehbaren Grund für dich nicht in Frage kommt, teilt das der Deutschen Rentenversicherung umgehend mit. Also, wenn du so einen Brief bekommst mit einer persönlichen Begutachtung, einem Termin bei einem Gutachter und du vielleicht schon mal dort warst oder es wirklich einen wichtigen anderen Grund gibt, warum du diesen Termin bei diesem Gutachter nicht wahrnehmen kannst, wende dich an die Rentenversicherung. Wenn das möglich ist, wird die versuchen, deinem Wunsch zu entsprechen. Um den Termin an sich wirst du nicht herumkommen, was allerdings in seltenen Fällen möglich ist. Zum Beispiel, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen das Haus nicht verlassen kann. Bei einer Angststörung zum Beispiel, bei einer ganz schlimmen Angststörung. Dann kann es in Ausnahmefällen auch sein, dass der Gutachter zu dir nach Hause kommt. Aber die persönliche Begutachtung bei der Erwerbsminderungsrente, die ist wichtig und es ist nicht so, dass man das einfach durch eine Untersuchung durch Aktenlage ersetzen kann. Eine weitere Frage, die immer wieder bei uns aufploppt, lautet, hat die Höhe der Erwerbsminderungsrente mit der Krankheit zu tun, an der ich leide? Mehr dazu in diesem Video. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage tschau und bis bald!